3... 2... 1... Sobald ein Roboter kommt, switchen wir natürlich. Also Hilfs-IDs werden gecallt, ja? Ja, ja. Nö, man macht das. Roboter hinten, alles switchen. Up. Hier habt ihr den, wenn ihr Turb-Ready habt. Es darf nicht einmal durchkommen. Der Spieler, der markiert, muss raus. Elementor? Nein. Okay, Reggie war so sorry. Wenn ihr getargetet werdet, müsst ihr rauslaufen. Wir müssen taunten. Ja, du kannst es reinnehmen. Total. Von dem Wald. Bis jetzt sind die Urb jetzt, ne? Absolut. Hütet euch. Nächster Roboter, switchen, kicken. Ja, bei uns ist markiert. Ich kann immer mal die Weinen hören. Läuft. Und Regen auf Orbs zu Laser. Oh, verdammt. Heil mich mal bitte kurz spotieren. Ich hab dich. Und Post. Lauf. Besser. Hila macht euch ready. Der nächste Scheiß-Cook gleich. Hadek, dein Tote. Zwar zünde ich. Das jetzt? Du kannst kannst auch noch mit reinhauen. Wir haben nur einen Range-Camp. Cams sind ein Stück auseinander. Ja. Brutz die Gelegenheit grün, wieder zurück zu grün. Die Leute, die da am Anfang standen. Nächster Roboter. Ganz am Eingang. Rainer ist übers ein Stück nach vorne. Ich mach noch hinweg kurz. Geht niemals alleine. Oh, gut. Mehr Schaden auf das Red. Sorry, Sebastian. Ich werde jetzt gleich das Ding zünden. Muss direkt reinhauen. Na, ich bin vor Angst. Ah, okay. Ihr zieht jetzt bitte alle Personals. Jeder zieht Personals, dass sie das reinhauen. Ich zünde jetzt. Heute. Du mit ihm kannst noch ... Hallo? Direkt aufheben. Irgendjemand. Ad? An der Seite, direkt in Tera-Pin Ich glaube, ich habe die Internetbedarf gebracht Ranges müssen jetzt Gaslatsch auf Achtung, Tera, du hast das, raus ist Morate, raus ist Morate Tela Externate Tela Externate Tela Externate Gehen wir mal noch die Iron Borg Auf Tela bitte 4 Sekunden Barats, aber brauchen wir nicht mehr Ist egal Ja, 2x Raining Bite, Herzen sowieso überlebt Das ist egal Das ist egal Das ist egal